Yo, liebe Malon-Zugang! Heute reagieren wir auf Böse Onkels Superstar. Ja, liebe Leute, lange ist es her, dass ich mal wieder ein Video aufnehme. Es tut mir auf jeden Fall leid, die Arbeit steht natürlich vor den Videos. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall wieder zurück, heute mit Superstar. Gerne neue Sachen in die Kommentare schreiben, habe ich mir jetzt einfach mal rausgesucht. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Wer neu ist auf dem Kanal, gerne abonnieren, gerne einen Daumen nach oben geben, würde mich auf jeden Fall freuen. Lasst doch gerne einen Kommentar da, natürlich auch einen Vorschlag. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Abfahrt! So, liebe Leute, ich würde sagen, Abfahrt! Ich bin gespannt. Das Lied hatten wir auch noch nie auf meinem Kanal, ne? Also, erinnere ich mich nicht dran, auch nicht im Stream. Wenn ja, gerne reinschreiben. Superstar! Ich bin auf jeden Fall geil. Ich glaube, das Abschiedskonzert. 2005. Ich bin auf jeden Fall geil. Superstar! Superstar! Ich habe kein Talent, aber ich ist sie blieb. Und ich lasse mich auf ihr singen durch die Medienziele. Ich bin Star! Superstar! Ich habe kein Talent, aber ich ist sie blieb. Und ich lasse mich auf ihr singen durch die Medienziele. Ja, ja! Klingt geil. Gefällt mir. Ich bin auf jeden Fall geil. Ich bin auf jeden Fall geil. Superstar! Superstar! Ich habe kein Talent, aber ich ist sie blieb. Und ich lasse mich auf ihr singen durch die Medienziele. Ich bin Star! Ich bin in der Stimme auf den großen Plan. Superstar! Ich bin Deutschland, so ein Superstar. Dann hoffen wir uns sie dort in den Lied. Und alle singen mit. Und alle singen mit. Ich bin Star! Superstar! Und alle singen mit. Und alle singen mit. Ich habe kein Talent, aber ich ist sie blieb. Und ich lasse mich ab hier singen durch die Medien ziehen, ja, ja Hatten wir noch nicht im Stream, sofern ich weiß Ist auf jeden Fall eine coole Sache, war auch auf einem Abschiedskonzert Ja, haben wir auf jeden Fall auch mal eine Reaktion zu gemacht Und Text hat mir so oder so gefallen Aber ja, das kennt man von den Onkits, sie sind halt einfach nur hammergeil So liebe Leute, das war Böse Onkits, Superstar Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen Es tut mir leid, dass ich lange nichts mehr hochgeladen habe Liegt halt an der Arbeit, aber was sein muss, muss sein Und ich hoffe, es ist alles in Ordnung, wenn das mal passiert, dass ich mal nichts aufnehmen kann Aber ja Leute, in dem Sinne würde ich sagen, falls ihr neu seid, gerne abonnieren, gerne einen Daumen nach oben Morgen 19 Uhr gibt es natürlich wieder einen Stream Ich freue mich auf euch, verpasst das Ganze nicht morgen wieder Und ich würde sagen, wir sehen uns bis dahin Habt jetzt noch einen positiven Tag Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal